So, ein wunderschönes, herzliches Hallo von mir an euch und willkommen zurück bei einer weiteren Folge, so rum, von Back in Action, Jagged Alliance, Back in Action, nämlich genau. So, ich hab mir mal die Karte angeguckt, also wir haben noch neun Sektoren, die wir nicht eingenommen haben, zumindest hier unten, ähm, naja, ich geh mal davon aus, hier in dem kleinen Streifen wird nichts mehr sein. Und, na gut, da hier oben ist sowieso nichts mehr, ähm, ja, also dementsprechend noch das Labor, dann haben wir hier noch ein paar Sachen, und Meduna City, ähm, das Labyrinth und der Palast, alles bekannte Sachen, ja, aber das mit dem Lagerhaus, da bin ich mir immer noch unsicher, wo das sein soll, also es gibt keinen Sektor, der sich explizit Lagerhaus nennt. Ah, Sorgungslager, ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Ich kann aber auch leider nicht mehr in die Dinger reingucken. Aber was heißt der südliche Grenze? Also hier unten ist ne Straßensperre, da ist auch nichts mit Lager, und hier kommt noch ne Tankstelle. Das ist auch nichts mit Lager. Ja. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen unsicher gerade, was ich machen soll. Wir gehen erstmal hier auf die Kreuzung. Äh, weil Labor bin ich mir tatsächlich auch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt machen will schon. So, wir machen hier mal ein bisschen schneller. Und lassen... Grupp am Ziel angekommen. Genau. Die sich erstmal erholen. Boah, Alter, Labor hab ich... Oh, wenig Böcke drauf, muss ich sagen. Die sind eigentlich auch relativ ange... Okay, oh, I hate it. Ich meine, gut, wir müssen es irgendwann ja machen, aber... Gehen wir mal into the labor. In die Arbeit. So, Straßensperre, ihr erholt euch auf jeden Fall mal Feuer. 16 Gegner. So, here we go, ein Labor. Ach, ja. Das gute alte Labor. Wer es noch kennt, aus Jacket Alliance 2, weiß, dass das Labor eigentlich relativ gut verteidigt wurde. Aus Gründen, die sich da nämlich... Ich habe was gehört, dass da was... Feind! Ich habe was gehört, dass da was... Ich habe was gehört, dass da was... Ich habe was gehört, dass da was... Feind! Ich habe was gehört, dass da was... Feind! Verstanden! Ich habe definitiv etwas gehört. Und zwar, ähm... Aus Gründen eines... Feind erkannt! Alles klar, wie sie wünschen. ...eines Raketengewehres. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt. Alles klar, es sind Feinde in der Nähe. Ich finde übrigens die Stimme von Scope sehr nett. Habe verstanden. Bin dran. Habe verstanden. I love the voice. Bereit! The voice of Germany. Roger! So, Mr. Conrad. Erwartet Befehle. Ja, Static. Alles klar. Erwartet Befehle. In Ordnung. Ziel ausgeschaltet. Okay, down he goes. Das wird kein guter Schuss. Alter, später habe ich mich... Ich habe auch verjacken lassen, Alter. Okay, ich weiß auch gar nicht... Da hinten sind sie. Getroffen! Bereit! Okay, er senkt. Ziel ausgeschaltet! Ziemlich bescheidener Spot hier gerade. Wo wir stehen. Hm? Was nun? Ja? Hab verstanden! Ich bin getroffen! Und der Weg! Liquidiert! Alles klar! Okay, das war schon wieder... Naja... Alles andere als Weltklasse, was wir hier getan haben. Aber gut. Erwartet Befehle. Alles klar. So, dann haben wir einmal die Forward auf der Straße erledigt. Was ich auch immer nicht so ganz verstehe, weil wir standen auf der Karte genau auf dem Punkt hier. Es wurde alles erledigt. Und dementsprechend müsste es bedeuten, dass wir genau bei den Gegnern standen. Aber gut. So, dann... Sie Außenposten. Alles klar. Können Sie mal kurz das Lager hier mit einem angucken? Objekt! Objekt! Der ist ein Objekt! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber Sinn macht es, sich tatsächlich hier hinzulegen? Verstanden. So, erstmal laden ein. Ja? Erwarte Befehle! Ne? Damit wir wieder auf dem halbwegs akkuraten Stand sind. Ja? So, Miss Starling. Alles klar! Alles klar! Indien! Unterwegs! So, Mr. Dahan. Wie der versteht! Bereit! Roger! Mr. Konrad. Dahin! Ja? Erwarte Befehle! Der Speider! Auf dem Weg! Ist ja klein. Passt also noch da hin. Erwarte Befehle! Ja, Monika! Sicher! Ja? Alles klar! Statik kommt mal hierhin. Mhm. Und Banz guckt hier mal kurz ein bisschen durch. Alles klar! Habe verstanden! Strange, dass es hier noch keine Miene gibt. Siehst du das ja auch? Wie sie wünschen. Habe verstanden! Okay, Crab. Verstanden! Habe verstanden! Ah Gott, jetzt muss man ja wieder so reinzoomen. Schrotzen, Moni. Okay, dann haben wir... Wie sie wünschen. Ach nee, das war unser Pfeil. Wie sie wünschen. Da... Naja, gut, noch ein bisschen. In Ordnung. Ist das wertvoll? Das sind tote Gegner. In Ordnung. Das ist wahrscheinlich auch nochmal Crab. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt mir jemals angucken muss. Habe verstanden! So, Banz kommt aber auch mal hier hin. Wie sie wünschen. Weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, und dann mal gucken, ob Scope uns ein bisschen was wegschnetzeln kann hier. Also, die Antwort lautet definitiv ja, ja. Ja, 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 ja. Sir, es sind Feinde in der Nähe. I know! Habe verstanden! Nicht aufhören zu schießen! Feind erkannt! Die Party kann losgehen! Soll ich wirklich versuchen, das Ziel von mir aus zu treffen? Kann ich schießen! Sehr schön. Mhm. So. So gut wie erledigt. Nein, nicht laufen. So gut wie erledigt. Verstanden. Feind! So, da kommt der Feind. Ich glaube, es wird endlich einen Kampf geben. Kann ich schießen! Was nun? Ich bin getroffen! Hilfe! Verliere Blut! Okay, Scope. Ich bin richtig auf dem Deckel. Ich hätte Scope nicht alleine gegen die Gossen gebrochen. Kann man sich so etwas ansehen und den Job nicht in Frage stellen, sie auszuschalten? Liegt wie dir! Ich bin getroffen! Alter Schwede! Was jetzt? Bin dran! In Ordnung! Ich bin getroffen! Hey, das Schwede! Schieß doch bitte auch auf den Typen zurück! In Ordnung! Erwarte Befehle! Ich bin getroffen! Liquidiert! Bereit! Ah, die liegen ganz ungünstig alle. Hm? Ich bin getroffen! Verstanden! Ich bin getroffen! Okay, Scope wird drauf gehen. Ah, ich müsste die tatsächlich alle zusammen lassen. Ähm, gut. Machen wir nochmal manuell. Wir packen die Jungs und Mädels doch nochmal woanders hin. Also anlocken kann ich den ganzen Haufen. Aber dann wird es... Strain... Was nun? Erwarte Befehle! Bereit! Drei! Sir, es sind Freunde in der Nähe! Feind! Bin dran! Jetzt schießen sie schon! Bin dran! Ziel! Ausgeschaltet! Wahnsinn! Was nun? Fidel bewegt sich! Ja? Verstanden! Ja! Bin dran! Machen wir es mal so? Mhm. Alles klar! Erwarte Befehle! Habe verstanden! Bereit! So, dann haben wir jetzt nämlich hier alle auf einem Haufen. So, der hat auch keinen Alarm geschlagen, der Typ. Das ist sehr schön. Erwarte Befehle! Verstanden! Boah, ich könnte eigentlich auch auf seinen Kopf schießen. In Ordnung! Eigentlich müsste ich es mit Kopfschüssen probieren. Verstanden! Jetzt könnte es schon schwieriger werden. Alles klar! Pass mal auf, nehm mal seinen Kopf. Der Typ bewegt sich ja nicht. Sir, es sind Feinde in der Nähe! Gut, aus der Bewegung Kopfschuss zu machen, ist wahrscheinlich schwierig. Unterwegs! In Ordnung! Bereit! Bin dran! Ja? So, dann machen wir jetzt hier mal manuell ein bisschen. Kann ich schießen! Scheiß in Sicht! Ah, okay. Da sind die Bäume im Weg. Das ist natürlich auch super. Ja? Erwarte Befehle! So, er trifft ihn gar nicht, dafür würde er ihn treffen. Okay, komm, wir lassen das mal automatisch machen. Bereit! Wir müssen das Gruppe mal sagen, wen sie erwiesen wollen. Verstanden! Sir, es sind Feinde in der Nähe! Es sind die! Liquidiert! Hä? Hab verstanden! Ja? So, ihr konzentriert dich. Na? Alles klar. Auf dem Weg. Ja? Und Fidel trifft gar keinen? Okay. Fein! Ich bin getroffen! Ich... Ah! Alter Schwede, Alter Schwede, das Skop, kriegt aber richtig auf den Sack. Alter, das gibt's doch nicht. Arme Störling, arme Störling. Ja, das ist jetzt das Problem natürlich, dass wir keine guten Schützen mehr haben. Die uns hier den Arsch reiten können. Und wir haben halt nur noch vier, ne? Und nicht mehr wie vorher. Alter, da kommen aber auch Gegner ein. Äh, an. Ein. Echt heftig. Bin dran! Okay, ich weiß nicht, was ich getan habe. Oh, ich hab auch so eine Granate geschmissen. Warum auch immer. So gut wie erledigt. So, wir ziehen mal Skop ein Stück zurück. Verstanden. Ja? Okay. Feind! Oha! Ja? Da bewegt sich nicht mehr viel bei den Gegner. So, da kommt die ganze Bagage. Feind! 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 Hm? Feind! 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 Ja! Erwischt! Down, sehr schön. Verliere Blut! Ach, Konrad ist getroffen. Leider auch wieder ziemlich extrem. Boah, die haben aber auch gute Rüstung. Muss man einfach mal zugeben. Feind! So, das war's jetzt aber. Liquidiert! Getroffen! Was nun? Hast du zufällig? Nee. Erwarte Befehle. So, dann müssen wir ganz kurz mal hier... Jawohl. Ich glaube, es wird endlich einen Kampf geben. Jawohl. So, klar. In Ordnung. Ich bin getroffen! Ich brauche... Ah! Ja, Heilung kommt. Heilung kommt. Was soll ich als nächstes angehen? Da ist die Heilung. Ich bin ernst. Ich brauche Verstärkung. Willst du mich verarschen? Wie oft lädst du denn eigentlich nach? Erwischt! Was soll ich als nächstes angehen? In Ordnung. Bin dran. Auf dem Weg. Nein, hör auf. Auf dem Weg. Ah, Gott. Hä? Ja. Das war auch schon wieder nicht brillant, aber wir haben's immerhin geschafft. Salah, falsche Tasse. Hier den ersten... Die erste Hälfte aus dem rechten Gebäude, immerhin schon mal weg zu frühstücken. Das war auch mehr schlecht als recht, muss ich einfach wieder mal gestehen. Wobei diesmal das sogar ging. In Ordnung. So, dann kümmern wir uns mal um die andere Hälfte. Boah! Das hätte ich lieber nicht gesehen. Dammit, Alter! Ei, ei, ei. Ein Schuss, ein Schrei, es war vorbei. Ei, ei. Alter, wo ist denn dieser Gegner? Da. Unwahrscheinlich. Okay, ich möchte ehrlich gesagt nicht unwahrscheinliche Schüsse... ...mit der Munition verbraten. So gut wie erledigt. Okay, jetzt ist es generell unwahrscheinlich. Soll ich wirklich versuchen, das Ziel von hier aus zu treffen? Nein, sollst du nicht. So, der guckt hier so ein bisschen außer... Okay, wenn ich mich hier hinlege, könnte ich ihn eigentlich treffen. Erwarte Befehle. So, wir switchen mal wieder hier hin. Fidel bewegt sich. Fidel bewegt sich. Unterwegs. Bereit. Fidel versteht. Hab verstanden. Ja, Fidel. Fidel bewegt sich. Ziehen wir los. Alles klar. Ja. Mhm. So, ich weiß nicht... Okay, ihn hier hinten werde ich wahrscheinlich nicht treffen. Oh Gott, doch. In Ordnung. Was nun? Hab verstanden. Feind. Ja. Alles klar. Hm? So, mal gucken wir bei ihm erstmal. Liquidiert. Sehr schön, Scope. Ob wir ihn erstmal ausschalten können, ohne großes... Trara, wunderbar. Wo ist der hier? Wie soll er ein Gegner sein? Der hier. Mit der Axt. Läuft echt mit der Axt herum? Okay. So ein Amateur-Gegner. Ziel ist, wie gesagt... Jetzt ist der Typ weg. Nein, oder? Ach, das gibt's doch nicht. Theoretisch der Typ da drinne. Aber da hab ich jetzt natürlich gar kein Sicht- oder Schussfeld mehr drauf. Den da hinten kriegen wir auch nicht. Da ist noch irgendeine unbekannte Person. Ja. Gott, hilf nicht. Ja. Müssen wir uns dem Gebäude leider nähern. Was überhaupt nicht in meinem Interesse ist, aber okay. Bin dran. Alles klar. Okay, jetzt kommen sie. What the fuck? Wo ist denn der Gegner? Hier. Ach, das ist ja in dem Gemüse. Okay. Verstanden. Ich habe was gehört. Ich habe eben was. Auf mich habe ich mich geirrt. Ja, der ist halt genau hinter den Felsen. Sicher. Aber wir müssten eigentlich relativ safe sein. Bereit. Ja. Verstanden. Da war was. Ja, 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 ja. So, Scope müssen wir hier nicht haben. Ich bin sicher, dass da was war. Irgendwas anderes kümmern. Bereit. Erwarte Befehle. So, Steady, Wands, Komma, extra, weil mit denen werden wir jetzt wieder Nahkampf, also Nahkampf gehen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Bereit. So. Okay. Alles klar. Ja. Ich habe definitiv etwas gehört. Feind. Verstanden. Auf dem Weg. Du sollst hier eigentlich auch nicht verbinden. Bereit. Intel versteht. Was nun? In Ordnung. Ach, Kinderseid, Alter. Jetzt sind sie wieder am Arsch. Habe verstanden. Bereit. Und Fidel sieht den nicht? Obwohl er einen halben Meter daneben steht. Na, Sichtkontakt. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Lepp. Seine Schuhe. Ja. Oh, Gott. Jetzt riecht er wieder richtig dick auf den Arsch. Mann, ey. Ach. Ich muss echt mal meine Taktiken so ein bisschen überarbeiten. Und hier besser werden. Das ist nicht so prickelnd, wie es gerade läuft. Ja. Muss ich leider zu. Alles klar. Geben. Wie sie wünschen. Wie sie wünschen. So. Was nun? Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Bin dran. Was ich mit Scope mache. Ist das so die grobe Richtung? Ja. Verstanden. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Und? Alles klar. Der Lieutenant. Ja, verstanden. Ja. Unterwegs. So. Gut. Erwarte Befehle. Sicher. Dann verstecken wir uns erstmal mit den beiden hier. Und dann gucken wir mal, wo die Gegner sind. So. Und euch stellen wir mal bitte auf das hier um. Erwarte Befehle. Sicher, dass da was war. Weil der hat ein Scharfschützengewehr. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der mich hier durchsieht. Verstanden. No, he doesn't. Feind. Doch. Jetzt sehen wir ihn. In Ordnung. Mhm. Ich habe definitiv etwas gehört. So. Okay. Static wurde von irgendeinem Feind gesichtet. Unterwegs. Wie sie wünschen. Okay. Da hinten kommen nämlich auch nochmal zwei angelaufen. Bereit. Habe verstanden. Alltags. Ja. Okay. Dann haben wir hier erstmal alle positioniert. Achso. Jetzt kann ich nicht speichern. Erwarte Befehle. Okay. Hab verstanden. Ja. Wir sind auf dem Schalter. War drauf. Der kleine, kleine. Feind im Sinn. Ziel ausgeschaltet. Jo. Feind im Sinn. Ziel ausgeschaltet. Oh yeah. Nur ein Irrer würde den Schuss versuchen. Da kam die Scharfschützin von hinten. Wuhu. Schön. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Nur anders. Erwarte Befehle. Sehr schön. So. Dann. Habe verstanden. Haben wir das Problem, dass da hinten noch einer rumläuft. Erwarte Befehle. Gehen wir los. Feind. Was nun? Habe verstanden. Bin dran. Habe verstanden. Ich habe keine Ahnung, wer auf mich geschossen hat. Aber ich... Ja, wollte gerade sagen. Sir, es sind Feinde in der Nähe. Der ist es. Äh, was? Feind. Liquidiert. Okay, ich habe keine Ahnung, wen Scope erschossen hat. Ich glaube, es wird endlich einen Kampf geben. Bereit. Wir haben Besuch. Wer siegt. Natürlich. Erwarte nicht schießen. Ich kann auch nichts dafür. Der Typ nervt mich halt noch ein bisschen. Der da genauso. Ich habe alles erledigt. Hab verstanden. Bereit. Alles klar. Sie sind da. Habe verstanden. Habe verstanden. In Ordnung. Erliegt was. Bin dran. Okay, so. Dann versuchen wir uns erstmal hier an den beiden... An den Häusern. Erwarte Befehle. Können wahrscheinlich auch. Verstanden. Okay. Ich weiß nicht, ob der uns sieht. Wir haben Besuch. Und komm schon. Und bleib unten. Und da kommt noch der Nachschuss. Das gibt es doch nicht. Aber gute Schüsse. Und wir kriegen es hin, dass wir schneller schießen als der Gegner. Das ist schon mal viel wert. Ach du Scheiße, da hinten... Ist er? Alles klar. Feind! Ich bin sicher... Feind! Sie wissen, dass der... Ich habe definitiv etwas gehört. Ja. Unterwegs. Es sind Feinde in der Nähe. Liquidiert. Erwarte Befehle. Kann nicht schießen. Wie sie wünschen. Bin dran. Bin dran. Verstanden. Da muss man aufpassen. Hab verstanden. Unterwegs. Was ist da? Immer schön langsam. Dieses Gesindel ist auch schon hier. Bin dran. So, wir gehen mal kurz um die Ecke. In Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir die angelockt haben. Ja. Hm? Ja. Ja. Aber Scope sieht keinen von denen, ja? Okay. Verstanden. Eigentlich müsste sie doch fast... Gute Sicht... Na, hab ich grad sagen. Auf die Jungs haben. Schieß. Ich glaube, es wird endlich einen Kampf geben. Das macht mir nichts aus. Haben sie von mir gelernt. Hä? Sehr schön. Da können wir doch mal wieder speichern. Und gucken wir mal ganz kurz. Okay, also da wird's eng. Sicher. Jemand hat etwas hinterlassen. Brennt's nur, Mädchen. Scheint. Habe verstanden. Erwarte Befehle. Kommt sie da durch? Ach. In Ordnung. Ja? So, ich weiß nicht, die sind... Oh. Ah, ah, ah. Stopp, stopp, stopp. Ach, da ist auch noch ein Gegner. Was nun? Hä? Kacke, ich muss hier vorne laufen. Irgendran! Gesindel! Ich bin getroffen! Mann, der Typ nervt mich. Bereit. Der Typ nervt mich ja genau auf der Veranda. Und ich kriege den nicht? Ach, wahrscheinlich wegen diesem roten Container, der da noch im Weg steht. Wir lassen die beiden mal kurz hier stehen. Und verschieben uns mal ein bisschen mit... Ich habe definitiv etwas gehört. Ich bin sicher, dass da was war. Ja? Und verschieben uns mal ein bisschen mit Scope. Mhm. Ich denke, das macht mehr Sinn. Habe verstanden. Du rennst bitte nicht. Was nun? Feind erkannt. Ja. Danke. Feind! Ziel ausgeschaltet! Ich hatte... Kann nicht schießen. sowieso gewundert, dass sie ihn nicht sieht. Okay, schön. Noch zwei und wir kommen jetzt auch endlich ins Gebäude rein. Erwarte Befehle. Alles klar. Ist das wertvoll? Ist das wertvoll? Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Ach, herrlich. So, wir haben's. Die Party kann losgehen. Was, was, was? Wieso? Was nun? Okay, da ist einer. Können wir mal so blöd durch die Tür gucken? Ist das wertvoll? Habe verstanden. So, wie komme ich denn in dieses blöde Gebäude rein? Hm? Hab verstanden. Ja? Feind! In Ordnung. Okay, da ist er. Feinde sind im Lektor. Ich fuhr. Diese scheiß Wegfindung. Ich bin getrafen. Oh, Mann, ey. Diese Wegfindung macht mich so kürre. Ah, es ist unfassbar. Mal davon abgesehen, dass das ziemlich dämlich war, da lang zu laufen und nicht auf den Gegner zu schießen. Aber... Ich bin sicher, dass da was war. Mann, ey. Das ist doch... Ja? Unglaublich. Erwarte Befehle. Warum lade ich eigentlich nicht den Kampf? Wobei, da müsste... Ich weiß nicht. Welcher Kampf ist denn das? Müsste der da vorne sein? Wo er uns schon gegen Helm geschossen hat? Ach, Mann. Die Party kann losgehen. Ja? Alle auf Position. Ich bin sicher. Ich habe definitiv etwas gehört. Die Party kann losgehen. Mhm. Hä? Verstanden. Ja? Alles klar. Hör auf, dich zu verbinden, Alter. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir aufstehen. Mhm. Banz hat auf jeden Fall einen Anfall vor. Verstanden. Okay. Die Party kann losgehen. Ja, da kommen wir nicht ran an den Typen. Erwarte Befehle. Meine Cindy! Ihr habt getroffen! Was? Ich verstehe es nicht. Aber gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir den Typen irgendwie schon rausholen. Vielleicht sollte ich mal ein paar Granaten arbeiten. Und ja, ne? Dann bis übermorgen. Haut rein. Tschüss.